Hallo YouTube, hier ist euer Mr. DJ Blackmaster. Ja, wir haben 9.38 Uhr in der Früh und ich habe nichts Bestes zu tun und mache ein Giveaway. Also, ich biete euch bei diesem Giveaway so einiges diesmal an. Also, ja, die Bedingungen für das Giveaway sind viel, aber hart. So, wir gehen jetzt einmal auf YouTube.com. So, ihr seht meinen YouTube-Channel. Bei diesem YouTube-Channel müsst ihr mich einmal abonnieren und unter diesem Video dann einen Kommentar schreiben, weshalb und warum ihr verdient hättet, was zu gewinnen. Und ihr müsst noch dazu schreiben, mit welchem Account ihr auf www.signesponsoring.de ihr registriert seid. Also, wir gehen jetzt mal auf die Page drauf und klicken auf Registrieren. So, dort füllt ihr alles aus. Und wenn ihr das getan habt, sind wir zufrieden. Und, ja, dann kann das Giveaway doch starten. Dieses Giveaway geht bis zum 24.12.2010. Und, ja, jetzt erzähle ich doch mal lieber die Preise, darauf seid ihr doch eher scharf. Also, ähm, es gibt zu gewinnen. Als erster Platz ein Steam-Account mit 21 Spielen, der seit dem 20. Januar 2009 existiert. Ähm, noch dazu bekommt ihr 50.000 Live-Punkte, die ihr auf www.signesponsoring.de benutzen könnt. Auf www.signesponsoring.de bieten wir euch momentan einige Spiele an, wie Condor to Arc 1.6, Condition Zero, Condor to Exhaust und, ähm, Garry's Mod 10. Es werden einige Spiele noch dazukommen. So, auf, ähm, den zweiten Platz bekommt man einen 50.000 Live-Punkte-Bonus auf www.signesponsoring.de. Auf dem dritten Platz bekommt man 10.000 Live-Punkte. Dies ermöglichen euch, äh, die Games-Server für 50.000 bzw. 10.000 Minuten länger allein. Ähm, ja, dieses Ganze ermöglicht uns auch, äh, area91gs.de. Okay, ja, die Jury besteht aus DJ Baser, PC-Freund und den guten alten Lohen Styler. Wir werden uns zusammenhocken und werden uns dann die ganzen Kommentare ansehen und die besten Kommentare werden wir dann natürlich kommentieren bzw. auch gewinnen lassen. Also, nicht vergessen, die Bedingungen nochmal zum Mitschreiben. Einmal auf www.signesponsoring.de registrieren. Den Account-Namen mit einem Kommentar, warum und weshalb ihr es verdient hättet, ähm, in das Video unten reinzuposten. Ähm, wenn noch Fragen bestehen, schreibt mich einfach per PM an bei YouTube. Euer Mr. DJ Blackmaster.